Wisst ihr das? Vielleicht. Aber nein, es ist besser, wenn wir erst noch zwei Hinweise suchen. Hallo, Magenta. Hallo, Blue. Seht ihr? Das ist Miranda. Oh, und das ist die Augenarztpraxis. Hallo, Miranda. Hallo, Steve. Das war sehr nett von dir, dass du Magenta hergebracht hast. Ach, nicht doch. Das war doch selbstverständlich. Übrigens, du kennst doch meine Freunde, oder? Oh ja, hallo. Na, wie geht's euch? Das ist mir...